Ich habe soeben von Wolfgang Schmülling, dem Staatssekretär im Innenministerium, im Namen von Christian Pegel von unserem Innenminister Förderbescheide von knapp 15 Millionen Euro erhalten. Das ist zum einen die Sonderbedarfszuweisung für unser Schulzentrum in Lötz von dreieinhalb Millionen. Das ist der letzte Baustein in der Finanzierung, der noch fehlte. Jetzt kann es dann losgehen. Ich freue mich, dass wir so große Unterstützung seitens des Landes dort haben und dass wir nun diese Investition von fast elf Millionen stemmen können. Weiterhin stecken hier drin neun Millionen Euro Konsolidierungshilfen für das Jahr 2023. Die bekommen wir deswegen vom Land, weil wir unsere Einsparziele erreicht haben. Und das, was wir seit Jahren gemeinsam vorangetrieben haben, nämlich den gemeinsamen Weg, unsere Schulden abzubauen. Es waren mal knapp 166 Millionen, wird belohnt mit einer Förderung des Landes in Höhe von neun Millionen plus einer zusätzlichen Investitionsförderung von knapp zweieinhalb Millionen. Also das ist alles in allem ein runder Bescheid heute hier, ein rundes Paket. Ich freue mich über so viel Geld. Wir werden das jetzt in die Investitionsmaßnahmen bringen und den anderen Teil zur Schuldentilgung. Das ist ein gutes Zeichen. So geht es voran. Und ich wünsche mir, dass wir weiterhin so gute Zusammenarbeit mit unserem Innenministerium und mit Christian Pegel haben. Und ich wünsche mir, dass wir weiterhin so gute Erfahrungen haben.